so da sind wir wieder auf dem weg zur brücke dann folgen wir mal ja wir sollen doch hier ist noch irgendwas wiedergabe aufgezeichneter nachricht hey ich bin gerade auf patrouille fass dich kurz ja er hat heute geburtstag oh scheiße ist das dad? sagst du das gefühl dad? wann kommst du heim? bald schon da liegt noch was hab dich liebred wer will soldat spielen? den schenkst du dem soldaten johnny du bist sein vorbild dann treib ihm diese flausen besser aus verstanden ich muss jetzt los liebe dich küsst hier aber freundlicher echt mal zeitgenossen auf dem tisch halt bin komplett voll eigentlich schon mehr ok ja dann weiter gehts sesam öffne dich ok leute alle mal zuhören vor 13 tagen haben agent ellie laneford und ihr team einen blinden vorstoß auf einen unbekannten planeten gewagt der ihrer meinung nach das geheimnis wird wie man diese marker epidemie stoppen kann aber wir verloren den kontakt unsere oberste priorität ist jetzt agent laneford und ihr team zu finden und zu sichern suchen wir mal die agent laneford ja genau was liegt das kann ich das kann ich nicht ne dann mal weiter was was aggression gegen dich ab und zu mal so ausbrüche das ist ein bisschen touretten mäßig wir sind ja nur halt weitsicht ja einfach mal ganz kaputt warte mal wir müssten da lang also gehen wir erstmal da lang ne ich folge dir unauffällig ja ich hab immer so erkundungszwang im durchspiel ne ist ja auch richtig so bin ich absoluter fan von weil ich find es immer traurig wenn man da irgendwie an tausend sachen vorbeinand ja ich hab irgendwie was wichtiges noch verpasst sowas zum beispiel wie das hier zum beispiel jawoll was bin ich raus aus der ecke fühlst du dich eingeengt ein bisschen cool wir fühlen uns hier gerade irgendwie im warp oder sowas wir fühlen uns hier gerade im warp oder sowas sieht so aus ne nicht schlecht wieder eine filmsequenz 15 sekunden bis zum ziel stand bis zum dschock ok leute wir fliegen blind rein bleiben sie strikt auf ausgangsvektor rosen der countdown austrittspark gesichert die schock in 5 4 3 2 1 happy new year yay oh der todesstern hallo ein mond besser die reste davon oh rosen ich sehs alter schwede himmel das ist der reinste schrottplatz wohl eher ein friedhof irgendeine spur von ellis schiff ich empfange diverse transponder keiner davon ist von uns laut registrierung sind das kriegsschiffe der souveränen kolonien ernsthaft die müssen über 200 jahre alt sein moment da kommt noch mehr es ist ein sos und es kommt von dem schiff direkt voraus der cms roanoke könnte er ließ ein hoffen wir es ok rosen bis 500 kilometer also diese lichter sind das bad moment nein rosen bringen sie uns hier nein fail hat spaß ok Punkt, ey. Laufen wir mal hier lang. Äh, so. Wenn sich ja die 2 Meter jetzt auch bei sich sparen können. Die machen wir mal selber Hand anlegen. Ich weiß nicht, wie er einen Plan hat. Ich erklär es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EBA-Anzug? Kommt da runter! Ja, okay. Ich krieg auch nen Anzug. Völlig unverdient. Was? Nein. Oh. Ich finde ich hab das total verdient. Krass. Ich wollte immer schon mal in der Schwerelosigkeit herum umsehen. Hm. Ich glaub wir sollten uns beeilen. Ja. Ohohoho. Ich krieg die ganze Zeit hier noch einen ab. Und was? 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 Schnapp dir den Anzug. Ja, wie kommst du da jetzt so schnell rein? Ab auf den Laufstuhl. Das geht aber. Das geht aber. Ohja. Sehen wir doch. Okay. Oh shit. Ja, den Hämlen brauch ich, glaub ich. Danke. Bitte. Oh, stylisches Outfit. Ja. Wie geil ist das auch, ey. Schöne Schwerelosigkeit hier. Kann den Raum sehen. Losen. Lock. Halsten Sie sich fest. Beweil ich die Halterunnen gelöst habe, werden wir von der Jungs weggeflägt. Alles hoffentlich was zu festhalten. Und wieder die Silikmene einsetzen. Ist das schon. Da muss noch irgendwo so ein Ding sein. Hier dieser blaue Pfeil da links. Das müssen wir mal machen. Mit Add. Jo. Hab ich. Okay. Die Anzeige drin ist dein Luftvorrat. Ganz oft? Naja. Aktiviert, was auch immer. Oh. Das ist grell. Ähm. Ja. Oh. Wir können es verlegen. Mine. Ja. Ich kann den Pass erreichen. So. Autsch. Autsch. Ja. Alles klar. Das ist also nicht das Spiel fang die Mine. Nein. Das war nur demonstriert. Wie man es nicht machen soll. Ja. Ich kann es nicht verlangsamen. Steuern sie in meine Lichtung. Ich kann sie fast erreichen. Nur. Oh. Oh. Oho. 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 Das geht's doch gar nicht. Willkommen beim Letzfeld. So ein bisschen, ne? Ist aber auch gar nicht mal so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, ich weiß, dass hier sind rechtlich übel. Okay, bei dem Ding. Ja, bitte. Nein. Oh, das war knapp. Okay, fiese Kacke. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, shit. Shit, shit. Ah, mein Partner ist gestorben. So, 3-2-3? Ich glaube schon. So, jetzt so. Das ist so scherz. Oh, mein Dauerfeuer auch. Kann man hier auch mal gar nicht sehen. Ja, stimmt. Er zieht allein auf die Dinger. Okay, hier durch die Mitte. Ich glaube, noch Dauerfeuer. Oh, knapp, knapp, knapp. Oh, Alter. Die macht manchmal so ruckartige Bewegungen. Das ist wirklich so richtig ein bisschen närgerlich. Ich kann dich verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Nur Minen. 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 Ja, das wissen wir mittlerweile. Und dann viele Minen. Minen. Ist aber echt fies gemacht, muss man sagen. Müsst wir diese Container da irgendwie erreichen? Ich glaube, ne? Ich glaube. 100% weiß es noch nicht. Runter. Links. Das werden jetzt so viele hier. Oh, oh, oh. Rechts. Oh, ja. Links. Oh, oh, oh. Nein, das geht noch weiter. Ja. Aber wir haben es, glaube ich, hoffentlich gleich hier links. Oh, scheiße. Minen. Hey, Vorsicht, Vorsicht. Ich kann nicht drumrum steuern. Dann brechen Sie eben durch. Oh nein. Oh nein. Okay, dahinter bleiben. Ich helfe. Ich hab's. Jawoll. Sehr gut. Voll am Schub. Es wird langsamer. Okay. Okay. Kreise Scheiße. Himmel. Das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdok? Ja. Glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles erst so, es kommt irgendwo von drin. So, mit Schiffen gibt es noch ein bisschen mehr. Ich bin eigentlich. Ah, okay. Hier können wir rein. Das ist nur. Hier sind überall so kleine Luftbehälter versteckt. Da kannst du mal ranfliegen und kleine Luft wieder rauffüllen. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, das ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Da hier, die Dinger hier. Mal sehen, ob ich reinkomme. Altströken? Hm? Kannst du ruhig mal machen. Ah, hörst du dieses Geräusch? Dieses B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. ok hier machen wir Telekineser auf hörst du dieses Geräusch? das sind immer so geheime Räume oder so versteckte Räume wo es halt nicht Munition und sowas ich brauche Baupläne müsste ich jetzt lügen wenn man hier Baupläne braucht wo ist denn hier der geheime Raum? Geräusch ist verschwunden naja deswegen das ist mir ja cool hier ist zum Beispiel ein schwerer Stellandrahmen das brauchst du dann um dir Waffen zu basteln ja bei mir so nach was kann ich hier nix aufnehmen ne ist da nix na doch hier irgendwie schwerer Standardrahmen ja bei mir äh ist halt so Rahmen und dann findest du Leute und dann findest du euch und dann kannst du dir da Waffen zusammen schrauben wieso kann ich hier nicht aufnehmen? muss ich sehen der liegt hier aber ich kann ihn nicht annehmen und eh? nicht? Inventar ist voll na 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 klappt jetzt so gut ok viel dazu viel dazu ich stehe hier gerade irgendwie sehr ungünstig in einem Metallraumsee ok ok wie schmeiß ich die Dinger raus? ach ja ach ja weiss sie oh du musst da was fallen lassen ja ja ich muss hier ein paar von den Dinger anders werden hm ist doch wohl ziemlich viele da kann ich leider nicht haben ja ich hab wohl nicht zu viele da ich hatte aber schon mal rausgespielt ich hab zwar noch fast 100 Minuten ich könnte jetzt welche aufnehmen aber äh ne genau mein halbes Ota ist voll mit äh achso hier geht's gar nicht weiter dann das ist ja auch nicht was fallen das hier du denkst weh nicht hast du auch die große ne geschmissen oder ne kleine ne ne ist nur ne kleine ok na hier geht's weiter hier glaube ich noch nicht rein in dem oder? bist du da auch drauf gelesen oder so? ist ja nix hier ok ist doch wo? da kommen wir doch gerade her oder? echt? sehe ich das falsch? weiß ich nicht ne ist richtig doch da kommen wir her stimmt ja was? dann gibt's nicht ok so und dann müsste es hier eigentlich weitergehen ich weiß noch nicht warum es eben nicht aufgegangen ist all is lost oder müssen wir da beide draufdrücken oder kommen wir drauf? ach ok einmal dann nochmal F drücken ok wenn du das äh analysiert hast hier so klar nochmal F drücken naja jetzt kommen die da draus aber die kann man auch bewegen die müssen zu alles ach die kannst du jetzt auch schmeißen wenn du in der linke maus das ist ok dann machen wir das mhm ihr Partner wartet an der Tür ja willkommen in den Boden willkommen in den Boden senden sie mir die Koordinaten ich sehe nach bitte sehr und entfernen sie sich nicht zu weit das ist ein Befehl schnauze ganz schön frech ich mach so muss das hier ist noch was Bauplan ein Tesla Kern ja hey hey oh da ist jetzt Waschfund wo du noch aufgenommen hast ach das wird äh ein Quest Item sein das ist nicht mhm niederscheinlich weil ich kann den nicht äh nochmal aufnehmen ein Landsmote zum elektrische schweißen bevor wir da durch die Türke gehen gehen wir natürlich erstmal da lang wo wir nicht landen müssen und zwar es wäre hier die Treppe hoch äh ein Reiter ich füge dir naja der Onkel wieder was zu kriegen mhm oh Medipex juhu aber wenigstens ein mittleres ah und somatgel das ist so das muss auch noch was und hier ist noch ein ähm EN-Bandler mhm ja also hab ich sich ich ich hatte da ein mediales im Paket ok hallo achso Leiter vom Partner blockiert ach haha das heißt wenn man auf der Pflück ist und der eine äh ist auf der Leiter und er hat noch nicht gehabt na dann muss der halt erstmal absichern das ist ja fies mein Gott was auch immer überall Särge sieht noch eine Art Begräbnis aus ihr Exekution wir kommen sie darauf die Blutflecken an der Wand sind in Kopfhöhe Human Remains kein gutes Zeichen Absolut kein gutes Zeichen Absolut kein gutes Zeichen Energiezelle 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 mal jetzt kommen wir an die Bank hier hinten ist noch was das war's und da ist auch eine Bank im gleichen System Upgrade Blatt hier eine Bank mit all den Teilen die hier herumliegen kann ich ne bessere Waffe als die machen gute Idee die Inventar ist voll ich hab doch grad was rausgeschmissen oh modifizierte bla bla ok cool ah weil ich jetzt dieses Quest Item hab ok Entfernen ahja jetzt geht's ab ok äh Tesla Kern weiter schwerer Standardrahmen bestätigt neue Platine gefunden plus eins nachladen Tesla Kern mhm 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 genau wir kommen Bank äh überspringen ja so überspringen äh du kannst dir das gerne angucken mhm nein ich denke nicht aber ich kann's dir auch eh nicht mehr so erklären äh das ist ja nicht ist aber nicht so wichtig glaub ich alles nicht du kannst es dir auch nochmal angucken Waffenpläne Waffenupgrades was sollte man denn jetzt machen Waffenpläne neue Waffe herstellen achso du kannst jetzt erstmal eine Waffe nehmen die du schon hast rechter Waffenslot ne hab ich denn mehrere linker Waffenslot tatsächlich ich hab ja ich hab ja die Waffe noch ich könnte ja einen Plasma Cutter herstellen aber das ist irgendwie doof ich geh mal hoch zurück und guck mal lieber bei neu ja besser oh einfache Strahlenkanone schwerer Standardrahm Tesla Kern das ist ja geil ich mach glaub ich mal die einfache Strahlenkanone schwerer Standardrahm Strahlenkanone diese Waffe herstellen ist das jetzt die ja so T plan herstellen du hast diesen Plan schon ok fertig Speicherort ah hast du jetzt auch diesen schweren Plasma werfen ja ok was gibt es hier noch bei neu mal gucken das linke rechter 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 ist jetzt ja keine Ahnung egal sehr schön so ich würd sagen wir machen mal wieder eine Pause wir haben schon wieder 20 Minuten rum dementsprechend mit den neuen Waffen ausgerüstet äh geht's bei der nächsten Folge auf die Jagd nach wie hieß die Dame keine Ahnung ob wir sie finden ob wir lebend aus diesem Schiff wieder rauskommen kein Schimmer seht ihr beim nächsten Mal genau bis dahin reingehauen auf Wiedersehen und ja bis bald Tschüss.